Hallo. Wer bist du? Bist du die kleine Asya? Hallo. Sag mal hallo. Wer bin ich? Der Nikolaus. Hast du schon auf mich gewartet? Jetzt mal eine ganz, ganz ehrliche Frage an dich. Warst du auch brav dieses Jahr? Ganz brav? War nicht bei deinem Papa? War die Asya brav? Ja, die war ganz lieb. Hast du Angst vor mir? Guckst du so? Mein Bart. Mein Bart hat ein bisschen ungespielt. Sie sieht ja gut aus, oder? So, jetzt geh mal zu dir. Ich habe Backe Schenke für dich mitgebracht. So, ich muss mich ein bisschen... Boah, ich bin schon alt. Alt. Nikolaus ist ja auch schon alt. Oh, so. Ups. Die Hose geht kaputt. Komm mal her. Warst du hier was bei mir gerade? Was ist das? Hm? Was du gebracht hast? Oh. Ein Geschenk? Nimm mal. Hast du Angst vor mir? Hast du Schatz? Warum redest du nicht mit dem Nikolaus? Du hast keine Fragen an mich. Du hast den ganzen Tag gewartet aufs Nikolaus, oder? Was haben wir denn noch hier? Hm? Oh. Guck mal. Leg mal schön auf den Boden. Achst ja. Hm. Kleine Nikoläuse. Was noch? Und? Oh, eine Tasse mit Nikolaus Schokolade. Und? Oh. Oh, der ist schon kaputt. Das tut mir aber leid. Ich hab heute so viel gearbeitet. Ist mir wohl kaputt gegangen. Ist mir leid, ja. Hm. Was haben wir denn hier noch? Dafür kriegst du aber ein Riesenei. Ja? Bitteschön. So, ich glaub das war's schon. Da hab ich noch ein paar andere Geschenke, aber dann muss ich zu den anderen Kindern. Nikolaus Tüte. So. Nikolaus für mich nichts da? Das wissen du. Ich bin auch artig, ganz artig. Ich war immer ganz lieb. Oh, so. Ich bin dann langsam alt. Ich zu dir komme später. Zu dir komme später, ja. Okay. So, erst mal zu Asja. So Asja. Du warst ganz brav. Wenn du immer so brav bist, wie warst, wie jetzt jetzt. Wie jetzt jetzt. Wie jetzt jetzt. Dann bekommst du nächstes Jahr bestimmt noch mehr Geschenke. Aber wer vor nächstes Jahr kommt, kommt erst Weihnachten. Mhm. Das heißt, wenn du noch... Ich bin außer Atem. So einen dicken Bauch ist normal. Wenn du schön brav bleibst, bekommst du in zwei, drei Wochen nochmal Geschenke. Ja, ne? Ja. Von Christkind. Christkind. So. Jetzt müssen wir schön deine Geschenke. Ich muss zu meinem Rentier. Dann fliege ich ganz fort zu den anderen Kindern. Weißt du, wo mein Rentier ist? Auf dem Dach. Ja. So. Das ist ja brav. Was sagt man denn noch zu Nikolaus? Danke. Bitte schön. Bitte schön. Jetzt kannst du schön dein Geschenk aufmachen. Tschüss. Tschüss. So. Tschüss von mir. Ich nicht. Ich will nicht. Was willst du? Tschüss. 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 How did you think? Tschüss. 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 Tschüss.